Ja, so, herzlich willkommen. Heute Abend ist ja Mittwoch und da wollen wir ja immer über Lehre nachdenken, über Glauben, Gebet, Heilung, Erweckung. Wie bauen wir Brücken zu Menschen, Evangelisation? Und heute will ich reden über, wie Gott durch Visionen Wunder tut. Weil Glaube braucht eine klare Vision, wofür man glaubt, damit Gott seine Kraft freisetzt und das auch realisieren kann. Und darüber will ich heute reden und ich bete aber erst mal. Jesus, danke dir jetzt für dein Wort, baue unseren Glauben und hilf, dass wir in unserem Herzen verstehen, dass wir von dir Visionen und Träume für unser Leben empfangen können, wie du uns gebrauchst. Gemäß unseren Gaben, unserer Berufung und lehre uns, dass wir die Dinge im Glauben sehen und da hineingehen, die du schon vorbereitet und geplant hast. Rede jetzt zu jedem von uns und baue unseren Glauben auf, damit wir deine Wunder und Segnung erleben in unserem Leben. Amen. Amen. Ja, das letzte Mal habe ich ja über Gebet gesprochen, dass Gott erhört. Und da habe ich geredet über Matthäus 7, 7 bis 11, wo Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Und die drei gehören zusammen. Weil wenn wir bitten, dann geschieht nicht sofort immer die Gebetserhöhung. Und wir brauchen oft ausharren, wir müssen suchen, Gott suchen, was muss ich ändern, was muss ich tun, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten, damit meine Gebete auch erhört werden. Weil wir sind in Partnerschaft mit Gott. Und oft sind Widerstände da. Und wir müssen anklopfen, ja, auch an Türen. Und dann berührt Gott Menschen, öffnet Türen, die vorher verschlossen waren, gibt uns Gunst. Und siehe da, du hast deine Gebetserhöhung. Also Gebet ist komplex. Das ist Bitten, aber das ist auch Suchen, Gott nach Weisheit. Und das mache ich jeden Tag. Das ist eines der wichtigsten Gebete. Ich sage, Herr, rede zu mir. Gib mir Wegweisung. Was soll ich wie tun? Und dann hören wir auf Gott, richtig? Und dann redet er zu uns, gibt uns Weisheit. Jakobus 1, 3 bis 6 sagt, wenn ihr Weisheit mangelt, bittet Gott, der allen gerne gibt. Also das ist meine ganz starke Empfehlung. Suche Gott um Wegweisung und um Weisheit. Und Weisheit fragt immer wie. Die Weisheitsfrage ist wie. Wie soll ich das tun? Wie soll ich diese Beziehung heilen? Wie soll ich Arbeit bekommen? Wie soll ich einen Dienst bauen, eine neue Wohnung finden? Wie, wie, wie? Und Gott sagt, ich werde dir das wie zeigen, weil er dich liebt. Und dann haben wir darüber geredet. 1. Johannes 5, 14, 15. Gott erhört Gebet, das in seinem Willen ist, das der Bibel entspricht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis Jesu Christi, seines Sohnes, kommen. Und Gott will, dass wir versorgt sind. Gott will Beziehungen heilen. Gott will, dass wir allen Menschen vergeben. Wenn wir es nicht tun, sind unsere Gebete verhindert, richtig? Dann haben wir Gebetshindernisse. Und wir müssen also wissen, was will denn Gott? Und dann beten wir das. Und dann haben wir Zuversicht. Und ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wir in der Bibel leben. Ich kann euch das nur immer wieder sagen. Lest einmal im Jahr die Bibel. Einmal im Jahr ist 20 Minuten. 10 Minuten altes Testament, 15 Minuten, 10, 15 Minuten neues Testament. Kommst du einmal im Jahr durch die ganze Bibel. Und dann redet der Heilige Geist zu dir. Du verstehst Gottes Wege. Du verstehst, was Gott hasst. Was er ablehnt. Und was Flüche mit sich bringt. Und du verstehst, was Gott liebt. Was ihm Freude bereitet. Und wo durch Segen kommt, richtig? Und dann bekommst du Gottes Herz. David war ein Mann nach Gottes Herzen, richtig? Der hat die ganzen Psalmen geschrieben. Und David hat so viele Wunder Gottes erlebt. Und alles, was er tat, gelang ihm. Und das ist Beziehung wirklich mit Gott. Sein Willen zu tun. Sein Reich zu bauen, das Jesus auf die Erde gebracht hat. Aber ein weiterer Aspekt, darüber will ich heute reden. Wir müssen auch Hindernisse entfernen. Nämlich, dass wir allen Menschen vergeben. Dass wir Gott gehorchen. Und dass wir, wenn wir gesündigt haben, Buße tun. Und sagen, das will ich nicht nochmal tun. Hilf mir, dass ich richtig lebe. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Wenn wir die Hindernisse nicht entfernen. Du wirst Gottes Gebetserhöhung nicht erleben, richtig? Jesus sagt, vergebt allen Menschen. Damit auch euer himmlischer Vater im Himmel euch vergibt. Und dann könnt ihr beten. Und Gott wird hören. Aber es gibt einen weiteren Aspekt. Neben bitten, suchen und klopfen. Und nach Gottes Willen beten. Und darüber will ich heute reden. Und das ist, zu verstehen, wie Gott wirkt. Wie der Heilige Geist größten Glauben freisetzt. Dass Umstände verändert werden. Menschen verändert werden. Ein Dienst wächst. Eine Firma wächst. Eine Gemeinde wächst. Und du auf eine ganz neue, höhere Ebene der Fruchtbarkeit kommst. Und dass Gott dich gebrauchen kann für hundertfachen Seben. Und das müssen wir verstehen. Und das sind Träume und Visionen. Ja. Gott hat sich Himmel und Erde vorgestellt. Wir lesen in 1. Mose 1. Schöpfung. Und Gott stellte sich vor. Die Planeten. Die Sonnensysteme. Die Erde. Die Tiere. Und dann sprach er. Und Gott schaute sich das an und sagt. Siehe, es ist sehr gut. Es ist gut. Und als der Mensch geschaffen war. Gott hat es zuerst vorgestellt. Richtig? Und alles wird zweimal geschaffen. Erst in deiner Vorstellung. Und dann wird es im Materiellen geschaffen. Das ist auch in der Welt so. Jedes Haus wurde zuerst auf dem Papier geschaffen. Stimmt das? Der Architekt zeichnet Pläne. Und der sagt, das sollen so und so viele Räume haben. Sonst sollen solche Materialien und Fenster und Türen verbaut werden. Also der Architekt hat eine Vision. Oder der Bauherr. Und dann wird aus der Vision die Sache geschaffen. Und im geistlichen Bereich ist das ganz genauso. Und da arbeiten wir mit Gott zusammen. Indem aus dem Nichts Dinge geschaffen werden, die noch gar nicht da sind. Und das Gott Wunder tut. Und Yonggi Cho, der war viele Jahre der Pastor der größten Gemeinde, hat das weltweit genannt die vierte Dimension. Und das ist der Geistesbereich. Und das Buch kannst du übrigens bestellen über unsere Webseite oder unten unsere YouTube-Zuschauer. Einfach eine E-Mail schreiben an info. at iscdbibelschule.de für zwölf Euro. Das ist ein Klassiker. Und da hat er eine Gemeinde gebaut mit hunderttausenden Mitgliedern. Und Gott hat ihm das alles gezeigt, wie er Hauskirchen bauen soll. Frauen als Leiter einsetzen soll. Das war unerhört in Korea, weil das war gegen die Kultur. Das war eine Männerkultur. Aber der Heilige Geist hat gesagt, nein, nutze die Frauen. Die haben schon pastorales, liebevolles Herz. Und die Dreidimension ist Höhe, Breite, Tiefe, Länge, richtig? Das ist der dreidimensionale Raum in der Zeit. Aber die vierte Dimension ist der Geistesbereich und der ist in der Ewigkeit. Das ist im ewigen Jetzt, wo Gott ist. Und das ist die Sprache des Heiligen Geistes. Wir denken in Bildern. Wenn ich sage Hund, dann siehst du einen Hund. Vielleicht deinen eigenen. Wenn ich sage weißer Hund, dann siehst du einen weißen Hund. Schwarzer Hund. Und wenn ich sage Elefant, dann siehst du einen Elefant mit einem langen Rüssel. Also das heißt, so hat Gott uns geschaffen, dass wir Vorstellungskraft haben. Und dass wir Visionen und Träume entwickeln können. Yonggi Cho beschreibt seinen Durchbruch im Dienst nach dem Koreanischen Krieg. Da waren die Koreaner ganz arm. Und er hatte nur eine einfache Liege in seinem leeren Zimmer. Und er hatte so ein Militärzelt. Da waren sie nur zu dritt. Seine Schwiegermutter, seine künftige Frau und er. Und keiner kam in die Gemeinde. Alle waren bettelarm. Das war nach dem Koreanischen Krieg. Und dann hat er zu Gott gesagt, ich brauche einen Tisch, einen Stuhl und ein Fahrrad. Und dann hat er gesagt, danke Gott, ich bitte dich um meinen Tisch, meinen Stuhl und mein Fahrrad. Amen. Und dann hat er monatelang gewartet. Und das Gebet wurde nicht erhört. Und er hat gesagt, Gott, wo bist du? Du hast doch gesagt, ich soll bitten. Wo ist mein Tisch, damit ich meine Bibel studieren kann, Predigten schreiben kann? Wo ist mein Stuhl, dass ich mich hinsetzen kann? Und wo ist mein Fahrrad? Und dann hat Gott zu ihm geredet. Er hat gesagt, du hast mir nicht gesagt, welchen Stuhl du haben willst und welchen Tisch und welches Fahrrad. Es gibt tausende von Fahrrädern und Tischen und Stühlen. Und dann hat Gott ihm beigebracht, dass er an seiner Vision arbeiten muss und an klarem, spezifischem Gebet, genaues Gebet. Und dann hat er gesagt, okay, ich brauche einen Stuhl auf Rollen, der sich dreht, damit ich wie ein großer Boss in meinem Büro, in meinem Zimmer umherfahren kann. Und ich will ein amerikanisches Fahrrad mit Gangschaltung und die sind die stabilsten und besten Fahrräder. Und ich will einen schönen großen Schreibtisch aus Maragoni mit einer Schublade. Und dann hat er es in seiner Gemeinde erzählt, er schwanger mit einer, er hat, dann hat er gesagt, ich habe einen Maragoni-Tisch, ein amerikanisches Fahrrad und einen Drehstuhl. Und hat seine Gemeinde gesagt, okay Pastor, jetzt zeig uns das mal, wir wollen das sehen. Und dann war er peinlich berührt, er hat gesagt, ich habe es ja noch nicht, ich habe es im Gebet empfangen. Und jetzt hat er plötzlich Glauben, dass er das kriegt, weil die Vision klar war, das Gebet war klar. Und das hat Glauben in seinem Herzen bewirkt, dass Gott ihm das geben wird. Könnt ihr das sehen? Und dann kamen die Gemeindemitglieder, jetzt hat er fünf, sechs Leute, kamen in sein leeres Zimmer, sagen, Pastor, wo ist denn der Stuhl und der Tisch? Dein Zimmer ist ja leer. Und dann sagt, das ist in mir. Ich bin schwanger damit. Und dann haben die natürlich gelacht, ja, und dann haben gesagt, unser Pastor ist schwanger. Und das hat sich überall rumgesprochen und die Mütter und die Teenager haben gelacht, haben gesagt, guck mal, da ist der Pastor, der schwanger ist, mit einem Fahrrad, einem Stuhl, einem Tisch, ja. Aber nach zwei, drei Wochen hat er alle drei Dinge bekommen, ja. Und das war für ihn ein Durchbruch, dass Gott durch Visionen und klare Gebete wirkt. Wir haben das jetzt auch erlebt, ja. Wir haben ja Open-Air-Gottesdienst im letzten Jahr begonnen, haben fünf Stück gemacht und haben immer einen Lastwagen gemietet, 4,5 Tonner. Und am Freitag gemietet und mühselig eingeladen. Und dann am Sonnabend wieder auf eine große Wiese ausgeladen, eingeladen. Und dann wieder alles ins Zentrum und dann wieder den Lastwagen weggebracht. Und dann habe ich gespürt, habe das auch mit anderen beraten, wir brauchen einen eigenen Lastwagen. Und dann habe ich lange damit gerungen, ja, aber dann im März habe ich gesagt, wir brauchen ein 7,5 Tonner Lastwagen, ein Mercedes-Benz. Und dann habe ich das von Gott erbeten. Und nach zwei, drei Wochen hatten wir einen Durchbruch, Gelder sind gekommen und jetzt ist der Lastwagen bestellt und wir holen ihn, ich wollte euch das mal zeigen, am Freitag aus Bayern. Hier ist das Nummernschild. Und in dem Psalm 37 steht fünfmal, die Sanftmütigen werden das Land einnehmen und die auf mich vertrauen, werden das Land besitzen. Also ich nenne den Psalm 37 mal Landeinnahmezalm und das sind unsere Schilder für unseren Landeinnahmelaster. Also Gott hat das Gebet erhört durch eine klare Vision. Ich möchte jetzt noch kurz ein paar Beispiele geben. Gott hat eine Vision für jeden von uns vom Mutterleib, ja. Und als Jesus die Fischer sah am See Genezareth, sah er Simon, Jakobus, Johannes, er hat gebetet und er hat sie mit Namen berufen. Stimmt das? Und dann sah er Simon und dann hat er gesagt, du bist Petrus. Du bist ein Fels. Petrus heißt Fels. Und er hat eine neue Vision über Petrus ausgesprochen und Petrus war sehr emotional. Kennst du sowas? Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Kennt hier natürlich keiner, ne? Instabilität kennt niemand von uns. Keiner. Wir sind alle stabil wie Felsen. Nein, weit gefehlt. Ich selbst war so, auch immer Ängste, immer Sorgen. Aber Gott baut Stabilität und Festigkeit in uns. Und die Vision hatte Jesus von Petrus. Er sah den Felsen. Das war er noch nicht. Und er hat ihn auch verraten dreimal. Und ist weggelaufen und geflohen. Und nach Pfingsten hat er die Kraft Gottes empfangen, die Kraft des Heiligen Geistes mutig aufgestanden und hat eine Pfingstpredigt gehalten und hat gesagt, es ist erfüllt. Gott wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und meine Söhne und Töchter werden Visionen und Träume sehen. Da haben wir es wieder. Das ist die vierte Dimension. Das heißt, Gott hat Visionen und Träume. Und die müssen wir von Gott empfangen. Und das steht in Joel 3, 1 bis 5. Warum predigt Petrus Visionen und Träume? Warum predigt er das? In der Pfingstpredigt. Weil Gott dadurch wirkt. Amen. Sprüche 29, 18 sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an was? An Vision. An Vision. An klarer Sicht von Gott. Ja, und Gott sagt in seinem Wort, was du dir vorstellen kannst, was du sehen kannst, das kannst du auch erreichen und schaffen. Also die Sprache des Heiligen Geistes sind Visionen. Wir haben ja jetzt eine Musikschule geschenkt bekommen von Gott. Wir haben jetzt eine Band, die Open Air auftritt. Und wir haben ein Chor. Und jetzt hatte ich den Eindruck, in meinem Geist das gesehen, das sind einfache Sachen, Chorhogen. Schöne Chorgewänder. Und jetzt habe ich das mit unserem Chorleiter und Musikleiter besprochen. Und er hat gesagt, wunderbar. Den Eindruck hatte ich auch schon. Und jetzt werden wir Chorhoben anschaffen. Und dann ist das festlich und ein Erlebnis. Und in meinem Geist sehe ich den Chor auf 30, 40 Leute wachsen. Ist das wichtig? Ja. Weil wenn du eine Vision bekommst, ist das ein Same von Gott. Was ich lehre, ist ganz einfach. Es ist eine Vision von Gott. Und dann musst du für die Vision beten. Hörst du das? Das heißt, dieses Bitten, Suchen, Klopfen verknüpft sich mit Vision. Du sagst, danke Gott, ich sehe das in meinem Geist und ich glaube dir, dass du es wahrmachen wirst. Hauptsache, du siehst, dass Gott uns Visionen zeigt und Träume gibt, um sie zu erfüllen. Und dann beten wir dafür und wir sagen, ich glaube Gott, dass du das tun wirst. Saulus in Apostelgeschichte 9 hat die Christen verfolgt und er war, war das die ganze Zeit an? Und Saulus hat Christen verfolgt und dann war er auf der Straße von Damaskus und Jesus ist ihm in einem hellen Licht begegnet und er fällt vom Pferd und Jesus spricht in hörbarer Stimme. Alle seine Leute hören es, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Saulus ist schockiert, er liegt am Boden, er ist blind, er kann nicht mehr sehen. Und er fragt, wer bist du? Er sagt, Jesus, ich bin Jesus, du verfolgst mich. Er verfolgte nicht Jesus, er verfolgte Christen. Aber Christen sind das Leib Christi, Amen. Jesus fühlte sich persönlich verfolgt. Und dann sendet er Ananias zu ihm, die Augen wieder zu heilen und zu öffnen. Und er sagt ihm, du wirst ein Apostel sein, ein Gesandter für die Heidennationen, das Evangelium, allen Nationen zu predigen und zu verkündigen. Könnt ihr es sehen? Das war eine Vision und die hat Saulus gebaut. Er hat das angenommen und dann ist er aber 13 Jahre nochmal in Vorbereitung gegangen, in Antiochia. Da war eine Vorbereitungszeit. Und deswegen ist Bibelschule wichtig. Amen. Bibelschule ist wichtig. Wir müssen in uns investieren. Wenn du viel Frucht bringen willst, ein Segen werden willst für diese Generation, dann musst du in dich investieren, dass du Gottes Wege verstehst, dass dein Glaube wächst, damit du denkst wie Gott, redest wie Gott. Amen. Und das nennt die Bibel einfach Jüngerschaft. Es hat einen Preis, dass wir auch Wunder von Gott erleben, dass wir Salbung haben, die Dinge verändert, Umstände verändert. Amen. Dafür müssen wir bereit sein, auch was zu tun. Abram hieß Abram und in 1. Mose 17 sagt Gott zu Abram, du sollst nicht mehr Abram heißen. Du sollst Abraham heißen, Vater vieler Völker. Und dann schließt Gott einen Bund mit Abram und sagt, durch dich werde ich alle Nationen der Erde segnen. Und damit du es glaubst, schau mal nach oben, guck dir die Sterne an. Und so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wenn du sie zählen kannst, werden deine Nachkommen sein. Und heute nennen sich 3,5 Milliarden Menschen, das ist die halbe Menschheit im Namen Abrahams. Über zwei Milliarden Christen. Ich würde sagen, die Vision ist erfüllt, oder? So. Und das ist gewaltig. Also, Abram träumte darüber, das heißt Vater vieler Völker. Er hat ein neues Selbstbild bekommen. Er hat gesagt, ich werde ein Vater für alle Nationen sein. Und er sah sich so, wie Gott ihn sieht. Kannst du das sehen? Und dann hatte, und Sarai wurde Sarah, Königin, Prinzessin. Und so sieht Gott dich und mich. Und wir müssen eine neue Vision bekommen und dann das aussprechen und Gott dafür danken. Maria in Lukas 1, 26 bis 38. Die Bibel ist voll davon. Maria war ein junges Mädchen. Viele sagen so 16 Jahre alt. Ein junges Mädchen aus dem Priestergeschlecht. Und der heilige Geist, der Engel Gabriel kommt zu ihr und sagt, du wirst schwanger werden. Du hast Gunst gefunden bei Gott im Himmel und du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und sie sagt, wie soll denn das passieren? Ich weiß doch noch, bin doch noch mit gar keinem Mann verheiratet und zusammen. Sie war mit Josef verlobt. Und er sagt, der heilige Geist wird diese Vision erfüllen. Und darum wird das in dir geborene Sohn Gottes genannt sein. Und Maria sagt, es geschehe mir wie diese Vision, die du mir verkündigst. Und sie hatte plötzlich die Vision, ich werde Mutter des Christus, des Retters der Menschheit. Der Sohn Gottes wird in mein Mutterleib kommen und er wird durch mich in die Welt kommen. Könnt ihr sehen? Maria hat eine Vision empfangen und wer hat es erfüllt? Ein Heiliger Geist. Der Heilige Geist. Und wer wird unsere Visionen und Träume erfüllen? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Amen. Genau dasselbe. Und deswegen sollen wir nicht auf Probleme schauen, müssen sagen, Gott zeigt mir die Lösung. Amen. Die Welt ist so negativ. Wir sollen unseren Blick erheben zum Himmel, auf Gott und sagen, Gott zeigt mir die Lösung für Berlin. Was haltet ihr davon? Wir müssen auf einer höheren Ebene leben. Das hat mal Sande Adelaia gesagt. War größte Gemeinde in der Ukraine. Er hat gesagt, wenn du auf der Ebene der Menschen lebst, auf der Ebene der Gesellschaft, kannst du gar nichts bewirken, bist du besiegt. Du musst darüber hinausgehen, auf Gottes Ebene. Und nach oben schauen und sagen, Gott zeig mir deine Antworten. Zeig mir deine Lösung. Heiliger Geist, komm und bring in mir neue Visionen und Träume zur Geburt. Und er wird es tun. Amen. Und ich sage dir, wenn Gott dir Visionen und Träume gibt, dann hast du übernatürlichen Glauben. Das ist nicht mehr dein eigener persönlicher Glaube. Es ist übernatürlicher göttlicher Glaube, der mit der Vision kommt. Glaubst du das? Amen. Ich weiß das. Das ist Glaube, der Ergebnisse hervorbringt. Das ist Glaube, der den Arm Gottes bewegt. Das ist Glaube, wenn du da hineingehst in die Vision, du wandelst. Jesus sagt, glaubt an das Licht, das ihr seht. Das sind Visionen und Träume. Warum? Damit ihr Kinder des Lichts werdet. Und dann fängst du an, Gottes Glauben zu empfangen. Übernatürliche Kraft und Glauben. Und Rückenwind des Heiligen Geistes. Fängst hinein zu gehen und Gott materialisiert und bringt diese Vision zur Existenz. Und du schaust zu. Amen. Das ist die Art, wie wir leben sollen. Und so wurde Maria schwanger durch den Heiligen Geist. Sie kooperierte mit Gott. Markus 9, 23 hat der Herr mir offenbart, als ich 23 war. Deswegen weiß ich es Markus 9, 23. Da war ich 23. Student an der Uni Hamburg. Habe eine große Studentenarbeit aufgebaut. Und war damals auch voller Angst und Sorgen und Angst vor meinem eigenen Schatten. Und habe trotzdem mit Gott einige gute Dinge gemacht. Und da hat Gott gesagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich mit Gott. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und jetzt hat Gott mir nochmal neu. Offenbart. Was glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Das sagen wir einfach so. Der Herr hört sich ja gut an, richtig? Aber Glaube braucht ein Gegenüber, ein Objekt, ein Ziel. Stimmt das? Wenn du sagst, ja, was glaubst du denn? Alles ist möglich dem, der glaubt. Was glaubst du? Weiß ich nicht. Naja, dann ist das, was möglich ist. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wofür ich glaube. Wie soll Gott dann damit arbeiten? Verstehst du? Also alles ist möglich dem, der glaubt, der auch von Gott Visionen und Träume und Dinge empfängt vom Himmel, die er getan haben will. Amen. Und dann kriegst du Gottes Plan, Gottes Lösung, Gottes Vision. Und dann ist alles möglich, weil du dann an klare Dinge glaubst, die Gott dir zeigt. Amen. Also Glauben und Vision gehen Hand in Hand. Und ich möchte jetzt schließen einfach mit dieser Einladung. Wenn dir Vision mangelt, bitte Gott um Vision. Die Not des Himmels schreien. Stimmt das? In Deutschland, in Berlin, jetzt die Ukraine. Ich habe gebetet. Wir machen jetzt Sprachunterricht für 24 Mütter mit Kindern in Seefeld. Und ich habe dafür gebetet. Und ein Geschäftsmann rief eines Tages an, den ich gar nicht kannte, Gott hat mein Gebet irgendwie erhört und sagte, haben Sie eine internationale Schule? Ja, unsere Bibelschule, internationale Bibelschule. Er dachte, wir haben eine Grundschule für Kinder. Und dann berichtet er mir von den Ukrainern, habe ich gesagt, wow, dafür habe ich gebetet. Hat er uns besucht. Und er ist noch kein gläubiger Christ. Ich habe ihm gesagt, ja, ich war mal wie Sie vor vielen Jahren. Habe ich auch nicht an Gott geglaubt. Aber es hat keine Vorteile. Alle Segnungen sind, wenn wir an Jesus glauben. Haben wir ewiges Leben und Gott ist mit uns. Also Gott hat die Tür geöffnet. Und jetzt habe ich gebetet und kriege jetzt eine Liste von den ukrainischen Flüchtlingen in Hohenschelhausen und Lichtenberg. Ich weiß noch nicht, was daraus wird. Ich bitte Gott um Vision. Er hat schon Dinge gezeigt. Aber mein Punkt ist, wir müssen Gott suchen für Visionen. Für die Bereiche, wo wir arbeiten und leben. Ja, manche sagen eben, ja, ich sehe aber nichts. Ich habe aber keine Vision. Dann ist meine Frage, wenn du nichts siehst, wenn du keine Vision hast, wie Gott durch dich wirkt, wie er dich gebraucht oder was er durch dich tun will. Ja, wofür kannst du dann glauben? Also Vision ist einfach eine Partnerschaft mit Gott. Jesaja 54, 1 bis 3 hat Gott mir diese Verheißung lebendig gemacht. In der Bibel sind ja 7000 Verheißungen, die alle gültig sind für uns. Durch Glauben, durch unseren Bund mit Jesus Christus. Und da steht, spanne die Tücher deiner Zelte aus, ohne zu sparen. Denn du wirst dich nach Norden, Osten, Süden, Westen ausbreiten. Und ich werde die Zelte füllen mit Menschen. Das ist Ja und Amen im Himmel. Gott wird das tun. Amen. Wir müssen es nur noch glauben. Aber jetzt muss ich Gott fragen, wie spanne ich die Tücher der Zelte aus? Versteht ihr? Und da ist wieder die Weisheitsfrage. Und sehr oft machen wir einen Fehler. Wir machen einfach irgendwas, wo wir denken, das erfüllt schon die Vision. Aber wir haben nicht auf Gott gehört. Könnt ihr es sehen? Das ist nochmal ein Beispiel. Gott gibt eine Verheißung, der sagt, spann deine Tücher aus, nach Norden, Osten, Süden, Westen, ohne zu sparen. Aber dann muss ich mit der Vision zu Gott zurückkommen und muss sagen, Herr, rede jetzt und zeig mir den Weg dazu. Und dann zeigt er mir Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und dann sind wir abhängig von Gott, durch den Heiligen Geist. Und es gilt, was in Johannes 5 sagt, Jesus tat nur, was er den Vater tun sah. Wieder Vision. Also Jesus sah jeden Tag, er sah vom Vater Werke und Dinge, die er tun soll. Und dann hat er sie getan. Und dann kam Wunder hervor. Amen. Also wir müssen Visionen mit Gebet bewässern. Und wir müssen Gott um Visionen bitten. Und dann müssen wir um Weisheit bitten und Wegweisung. Und dann wird Gott uns führen und leiten. Amen. Ich möchte nochmal kurz abschließend beten, auch für unsere YouTube-Zuschauer, für uns alle. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du ausgegossen wurdest zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Auf alles Fleisch. Und alle, die Jesus annehmen, haben Vergebung der Sünden, ewiges Leben und empfangen dich. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du dieses Jahr 2022 unsere Augen salbst, dass wir uns sehen, wie du uns siehst. Mach aus Saulus Paulus. Mach aus Simon Petrus den Felsen. Mach aus Abram Abraham, einen Prinzen. Herr Heiliger Geist, gib uns neue Visionen, wie du uns siehst. Und gib uns Visionen und Träume von Werken und Visionen und Lösungen, die du durch uns in unserer Stadt, in unserer Region realisieren willst. Heiliger Geist, male eine Vision in unseren Geist. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du uns Weisheit und Wegweisung gibst. In Jesu Namen. Amen. Gottes reichen Segen. Und schreib eine E-Mail, wenn dich das gesegnet hat. Oder gib einen Kommentar. Gottes Segen. Amen. Amen.